Moin Moin! Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Bus Simulator Updates. Dann ist erstmal wieder wieder einsteigen, wieder fahren, die erweiterte Dreck. Dann werden die Bühne nicht einsen. Und dann los, das in den Tag. Machen wir alles. Alles. Achtung. 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 Das weiter ist doch einfach ein Wunder! Einen Tag hat er noch! Ja genau! Wollen wir uns was beißen? Komm gleich! Ich würde gerne einen Tag machen! Oh! Das ist ein gutes Winter! Danke! So! Und dann geht's nach! Alles von Arme zu sehen! So! 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 Ich bin angekommen! Ich hab während der Dunstreicher fangen! Wollen wir noch gerne? wo ihr seid? Schmлんで! Holle wagen! Ja! So! Was ich mir mal weiterleute. Ich koche mir besser. Hörst du, was du hast? Süße auch. Oh, heiß! Wir sind 42. Schön! Gut, zwei Wochen. So. Aufs慢ung. Aufsämt und aufsぐhe! Auslaut Aufscribed Nein, ich hätte nicht gedacht, dass alles zur Familie zu befinden würde. So! So heißt es für mich. Dann möchten wir mal eines aufhören, dann kommen wir hier das Beide an. Die, das ist immer. Oh, das ist schön. Oh! Oh, Mist! In die Rand kommen sie endlich hin, glaube ich. Oh! 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 Und dann so. Ich habe so einen Hunger. Okay, wollen wir uns was zu essen? Das Wetter ist einfach wundervoll. 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 ...dol ... ...dol ... ...dol. Bisschen. Das ist echt nicht mein Wetter. Ausfalle. So, wieder schauen. In vielen Wiedenzeichen. So. Heutzutage. 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 Was? Wo kann man was machen? Wir kriegen den neuen Bus. Wow, das ist ja perfekt gelaufen. Gratuliere. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten und die Genehmigung erteilter Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Klingt gut, oder? Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sollten wir langsam neue Busse kaufen. Hauf in den Busladen. Da sollte eine kleine Auswahl zur... In der Bremse erzehnung werden. Und dann... Sie kommt jetzt mal bitte noch mal zu sehen. Und wir nehmen einen Haufsenabach. Ich glaube, wenn ich noch den Kepa S-416 LE Business bekomme ich ein Buch zu kaufen. Und dann, wo wir das? Ähm, ein bisschen? Ähm, und dann, wie ich hier auf dem Fisch mache ich, jetzt. Wo ist das? Wo ist das? in der Nähe ich mal ab? Ja! Und dann! Ja, ja! ich mach mal, ich mach mal. Und dann, ich mach mal. Ah! Ich mach mal. Ich mach mal. Was? Und jetzt ist es hart. Und... Wir sehen mal, wenn man da kommt, das ist hart. Wenn man das dreht, passt das. Und man geht so los. Wenn der Waden dann scheint ein bisschen zu verdienen. Und Waden dann wieder weg, ne? Das war's daran, das war's. A. A. Ich denke mal. Einig. 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 Genüge chnäge Genüge Siehe 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 Wir können nicht auskommen, wenn die Sachen nicht gekocht sind, aber gut ja. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Die nehmen sich alle einig zu nehmen. So, danke, Daniel. Ich bin gerade acht. Danke. Bitte. Frau hat mich. Na klar. Ja. Für die Überlast. Ah, ich hab's doch. Ja klar. Das ist nicht gut. Ich hab's doch nicht gut. Ich hab's doch nicht gut. So. Tue die Daumen. Ha! Da vorne. So. 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 Ein bisschen, bisschen zuweichen. So. Das ist nicht gut. Also. So. Ich hab's doch nicht mehr. Und wenn die sozusagen noch mal in die Öl für mich drin war, ist alles in den Hals fest. Das heißt, ich hätte eigentlich gerne auf dich an der Endersparte, wenn ich besser das nicht hätte. Aber, da hätte ich mir noch so etwas spüren müssen und wo kommen die, die dann, wenn man seit Niemann noch so viel mehr in die Frau. Ja, die hat das ja noch gemacht. Ja, das kann ich mir nicht sehen. Ja, das kann ich mir nicht sehen. Ja, das kann ich mir nicht sehen. Ich bin mir nicht so gut. Ich bin mir nicht so gut. Ich bin mir nicht so gut. Das war's für heute. Ich brauche eine Fahrtkarte. Danke. Eine Fahrtkarte bitte. Eine Fahrtkarte. Das war's für heute. So. 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 Ich bin ja nicht gut. Servus. Tschüss. Tschüss. Kann ich bitte eine Fahrtrate haben? Ich sag mal am Anfang, dass der Busser ist. Erst ist, aber das Brügel noch nicht gefahren und noch nicht. Danke. Eine Fahrtrate bitte. Ich bin ja auch nicht so lange, dass der Busser hat. Eine Fahrtrate bitte. Nein, 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 nein. Oder der da aneinander. Gut. Und dann, noch mal die Brügel noch. Und dann, auch nicht so richtig. Und dann, auch nicht so lange. Oh, 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 oh. Sehr pünktlich, danke. Pünktlich ist aber auch hier. Ich denke, ich brauche mehrere Sofa-Cut. Auf! Danke. Bitte. Moment. Wo ist meine Tasche? Ich habe mal ein bisschen ausgemacht. Und alle die Spiegelung sind da ausgemacht. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Ich habe mir gesagt, ich habe wieder verfahren und dann überhaupt nichts. Das freut mich an mich verhindern, aber das passiert halt bis 8 Uhr. Und dann sind es eben auch spannende Gebäude, aber ich muss noch schlafen. Also hier liegt es auch in der Saal, um die Aufhebung und dann noch malen. Jetzt habe ich auch überniss in meinem WLAN-Trabil. Jetzt kann jeder sich auch besser mit dem Aufhebung. Und dann kann jeder sich auch besser mit dem Aufhebung sein. Das kriegt auch etwas bis 8 Uhr. Das war eine Ruhe. Ich habe etwas mit dem Aufhebung. Ich hatte jemanden. Ich hatte jemanden, dass man das hier sehr überrascht hat. Daher sind wir auch noch. Ja! Ja! So! 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 So, 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 dann könntest du schon, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich reinsteigen. Ja, tschüss.